Wir, die Piraten, wir stehen euch zur Wahl und wir setzen uns ein für bessere IT-Sicherheit in Berlin. Die Cyberangriffe auf die Justiz oder auf die TU Berlin in jüngster Zeit zeigen, wie sträflich das Thema von der Politik vernachlässigt wurde. Wir wollen die Vorteile des Internets sicher für die Bürgerinnen und Bürger nutzen, mit Breitbandausbau, Glasfaserzugängen und schnellem Netz für alle. Dafür stehen wir als Piratenpartei. Wir stehen für Transparenz, angefangen von einem Lobbyregister bis hin zu einer zeitgemäßen Corona-Politik. Die Technologie steht bereit, um digital mitzubestimmen. Wir müssen es bloß wollen. Die Ressourcen, die wir haben, reichen. Wir verwenden sie nur äußerst suboptimal, indem wir sie zum Beispiel um die ganze Welt schicken. IT ermöglicht es, diesen Zustand zu vermeiden. Wählt uns ins Parlament, damit wir für euch unser schönes und vollständiges Programm umsetzen können.